Oma, ernsthaft? Ja, was denn? Ich nehm nur meine Medizin. Wird fertig! Wir wollen trinken! Schön war's nicht, aber schnell vorbei! Ich hab nachgedacht und möchte von aktiver Sterbehilfe Gebrauch machen. Habt ihr das verstanden? Na, ihr wisst schon. Du klingst wie die Oberschwester in dem katholischen Internat, das mir meine Jugend versaut hat. Entspann dich! Ja, wenn du's alleine nicht mehr schaffst, ich hätte da was, was dir dabei helfen könnte. Ich hab mir überlegt, dass ich meinen Todestag nächstes Jahr gern auf meinen Geburtstag liegen würde. Kann man bald das in einem Abwasch feiern, und das sieht lustig aus. Um Grabstein. Hm? Wie nah? Ich will alleine sein. Und ich will mit Jaribella Fonte bumsen. Guten Abend. Guten Abend. Tag. Ist Carla zu Hause? Sind Sie denn neuer Liebhaber meiner Tochter? Neuer Liebhaber? Ich bin der Bestatter. Wollen Sie nicht reinkommen? Bitte. Ja. Ja. Eigentlich wollte ich noch ein paar Blümchen abschmeißen. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Tee, Wein, LSD? Ja, vielleicht.